herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist kathrin und du bist hier auf dem kanal kaos on tour gelandet und zwar heute zu einem unboxing von karat.art deutsches unternehmen heute kommt eine neue kollektion von karat.art raus ich weiß wir hatten hier lange kein karat.art mehr und zwar heißt die kollektion die heute in den shop kommt once upon a time und ich freue mich sehr dass ich euch hier das bild ein bild davon zeigen darf karat.art hat hier künstler lizenzen also die künstler werden bezahlt für ihre artwork was mir wahnsinnig wichtig ist und super qualität ich feiere es ich feiere es echt dass wir in deutschland da jetzt auch eben ein unternehmen haben das unter anderem das da gas gibt in die richtung und zwar ist es mushroom girl ich habe es in rund das seht ihr hier an dass hier ein r ist es gibt es auch ein s ich weiß dass es noch andere in s haben also ihr werdet dieses bild glaube ich ein paar mal sehen auf youtube jetzt wenn ihr da so ein bisschen ein paar kanälen folgt 40 x 46 nicht so groß und es ist halt einfach wahnsinnig süß wir gucken uns nachher auch kurz noch mal die anderen beiden bilder an die erscheinen aber jetzt konzentrieren wir uns erst mal auf das hier genau die karat.art künstlerbilder kommen nicht wie auf dem karton noch vermerkt mit einem toolkit sondern ohne was gut ist wenn ihr eins zuhause habt habt ihr noch keins oder wollte das verschenken an jemanden der noch keins hat dann bestellt einfach eins mit ich glaube das kosten euro zwei also super günstig aber das ist gut für die umwelt das spart unnötige toolkits irgendwann ist ja auch mal gut und was soll ich sagen ja und dadurch sind die 1 2 euro günstiger und wer noch ein toolkit braucht bestellt er sich mit nur dass mit ihr da bescheid ist ich finde den move ziemlich gut wenn es logistisch geht bei vielen unternehmen geht es logistisch ja gar nicht so wir haben hier noch mal das ganze noch mal in der folie eingepackt der karton war auch in der folie ich muss sagen ja ja wir machen genug mit dem hobby aber ganz im ernst wenn ihr viel geld für ein diamond painting ausgeht und dann stellt der postbote das vor die tür und dann regnet und es wird nass dann war es das ist nicht so lustig also wir haben es hier noch mal in der folie drin und die ist ganz schön proper zu nochmal hier mal ein bisschen anwenden wir kommen in einzeln raus also dieses oben öffnen übrigens ist jetzt es ist nicht so cool war das immer schon so weil es schwer da oben raus geht komisch ich könnte schwören das war die letzten nicht so also was kommt hier mit es kommt hier einmal mit die leinwand natürlich ein bisschen darunter zusammen die leinwand die steinchen und dann bekommen wir noch extra washi tape was ich ja begrüße ich habe einen hohen verschleiß an washi tape man kann nie zu viel washi tape im haus haben und einem kleinen döschen mit wachs mit blauem wachs auch mal was anderes ich mag die döschen sehr gerne da kann man seine rest steinchen rein machen oder andere dinge wenn man bleistifte an spitz also on the go dabei zu haben und es ist einfach gut um den wachs zu schützen dass der nicht austrocknet gerade wenn ihr hundehaare und so weiter habt oder mal ein bild länger liegen hat oder wachs länger liegen habt der trocknet euch aus und dann macht er dann funktioniert der nicht mehr habe ich jetzt gerade bei meinem freund gesehen der sein denkt kaputt also tot benutzen zu müssen obwohl ich ihm gerne neuen geben kann und der funktioniert einfach nicht mehr so gut deshalb gut geschützt sehr schön und hier haben wir die steinchen es ist diesmal ein rundes kit und ich finde das immer so süß weil ich so viel ecke gemacht dass die runden so wenig steinchen haben und so leicht sind es ist in ziptüchen abgepackt das heißt ihr könnt im grunden so loslegen und mit den nummern der legende drauf und hier sehen wir schon die abys ich bin gespannt wie viele bis wir in dem kit haben werden und da sind wir auch schon gehen auch schon weiter zum kit das ist die leinwand um die sich dreht wir haben hier hinten so ein bisschen filzigen sehr weichen filzigen rücken das ist ganz gut damit es nicht wegrutscht das bild ich mag das sehr gerne dadurch legt es sich auch gut wir haben hier ein sticker sheet noch mit eingerollt da mal die artwork noch mal ist es nicht toll franziska solino ist die künstlerin und es ist einfach wahnsinnig süß ich könnte mir vorstellen dass das ganz ganz schnell weg ist und dass das viel von euch gefällt also wer das haben wir sollte gucken dass er heute ich glaube heute abend so gegen 18 uhr erscheinen die kids zuschlägt so mit den sternchen und so ich bin echt gespannt 40 x 46 das ist eine machbare größe und es sind nur 53 farben karat punkt art punktet ja momentan immer mit sehr vielen farben und sehr vielen abys und da schauen wir auch gleich mal wie viel haben wir denn da hier sehen wir die sind immer am ende der legende weil karat punkt hat uns mit einem b gekennzeichnet wir haben 12345678 babys sind aurora borealis steinchen die funken ganz besonders haben eine besondere beschichtung gucken wir uns gleich genauer an und natürlich gucken wir auch wie immer wo die hinkommen so ich rolle jetzt einmal bevor wir es uns genauer angucken das kit falsch rum damit es sich besser hinlegt ansonsten brauche einfach nur ein bisschen warten und das legt sich auch das ist gegossener kleber damit könnt ihr das machen macht das niemals mit doppelseitiger klebefolie oder mounted glue doppelseitige klebefolie erkennt daran dass das cover nicht durchsichtig ist und mounted daran dass dieses cover sehr sehr dick ist das merkt ihr im moment kenne ich nur eine firma die mounted glue anbietet und das ist twitter studios art ansonsten ist es bei durchsichtiger wurde eigentlich sonst immer purt glue also gegossener kleber hier unten steht es noch mal das bild heißt mushroom girl die künstlerin heißt franziska suslo und karat punkt hat hat die lizenz das als diamond painting zu produzieren und die künstlerin kriegt eben entsprechende bezahlung dafür ein honorar dafür pömmischen lizenzgebühren mir sehr sehr wichtig 40 mal 56 und das ist auch das bild wir messen das gleich aber auch noch mal ab wenn ihr möchtet hier ist die adresse des shops und hier habt ihr zehn prozent mit happy 10 wenn ihr den kanal unterstützen wollt dann benutzt meinen code unten in der video beschreibung let the pleasure beginn karat punkt art und hier oben ist noch mal das bild dann haben wir rechts als auch links eine legende sagte immer die legende im blick und wir können auch hier noch mal über die symbole gucken wir arbeiten hier viel mit zahlen die zahlen entsprechen auch den auf der nummerierung das ist manchen sehr wichtig mit buchstaben arbeiten wie hier gerne plus zeichen hat diese kleinen zeichen mag ich nicht gerne aber das ist schlimm es sind keine total abgefahrenen zeichen oder bin ich gespannt da gucken wir gleich noch der leimann wie das rauskommt die helleren sind manchmal ein problem da ja ich mag keine kleinen zeichen aber hier ist nichts was dann glaube ich groß durcheinander bringen kann wir gucken direkt mal auf die leinwand schöner druck wir sehen hier die kreise das sind hilfskreise bei runden die seht ihr nachher nicht durch sie erleichtern euch das leben beim painten aber um einiges gerade wenn wir so große flächen haben so color blocking flächen color blocking benennt man flächen oder bilder bei den flächen große flächen von einer farbe vorkommen wo man eben nicht so oft die farbe wechseln muss sondern wo man eben an on block sozusagen an einer farbe arbeiten kann da hingegen haben wir hier zum beispiel das würden wir konfetti nennen also wenn wir in so einem kleinen abschnitt viele wechselnde farben haben und sehr oft die farbe in unserem schiffchen wechseln müssen zum penden und das würde man im gegensatz eben konfetti nennen aber dieses bild wir gehen mal ein bisschen raus damit geht es so 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 da ist es sehen könnt hat viel color blocking flächen also hier der hintergrund ist nicht einfarbig sondern das sind so übergänge das finde ich gut das macht ein bisschen tiefer wir sehen das ja auch hier das helle mütze und ihre haare die stelle darin leuchten ja das scheint dann so ein bisschen so dass es nach außen dunkler wird das heißt wir haben jetzt zwei color blocking flächen aber mit abwechslung drin das mag ich gerne und hier ein bisschen konfetti in den haaren aber nicht groß nee nix das ist super anfänger freundlich ohne dass es langweilig wird viele anfänger bilder sind ja so irgendwie so langweilig ja wo das ergebnis ist irgendwie so voll öde nicht alle aber manche und das sehe ich hier gar nicht der knick hier oben übrigens habe ich versucht die folie so zu knicken ist nicht schlimm können hierbei jetzt mal eben gucken weil es gegossener kleber also dass auch hier der knick das legt sich wenn es stört mit dem buch drauf machen wir sehen dass er kaum rand ist links und rechts also hier überstehen das finde ich gut und der kleber sieht wirklich wirklich gut aus so ich finde es mal erfrischen mal so ein kleines bild wir messen mal kurz also 40 x 46 wollen wir haben und wir haben ja ja wir haben sogar bisschen mehr als 40 40 1 halb haben wir hier sogar und hier haben wir auch sogar 46 1 halb also ihr kriegt sogar mehr fürs geld perfekt die rillen hier wie gesagt es ist die folie das ist nicht der kleber der leimann überhaupt kein stress keine panik kriegen symbole wollte ich mir mit euch noch mal angucken die sehen soweit echt gut aus ja das dreieck da ist ein bisschen blass hier das ist ein bisschen blass da würde ich tatsächlich erst die aas und sowas machen die sieben also dass ich gut erkenne und ein ausschlussverfahren die machen also die sind jetzt nicht nicht gar nicht zu erkennen sie sind nur ein bisschen blass dann gehe ich immer so vor dass ich immer erst das mache was ich ganz klar definieren kann und dann den rest nach dem ausschlussverfahren zu sagen um es mir leichter zu machen ich bin aber auch ein bisschen schwierig und das mit den hellen zahlen buchstaben zahlen ist halt oft auch schwierig was mich gerade sehr freut ist dass ich keine zeichen in der gleichen farbe nebeneinander sehe die ähnlich sind die man verwechseln könnte groß ich mag das nicht wenn wir sachen haben die sich sehr ähneln und die dann in der gleichen farbe sind und ich dann ist es mir schwerer gemacht ist als es sein müsste das ist was worauf viele nicht achten hier sehe ich aber tatsächlich sehr cool sehr 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 cool freut mich aber 53 farben in seinem kleinen bild das auch noch außenrum hauptsächlich colorblocking habe ist schon stattlich also da will es gerade auch immer wissen und ich weiß dass euch das gefällt dieses etwas weichere rendering und ich glaube das kriegen wir hier auch ganz gut raus und wir schauen uns jetzt mal die steinchen hier an ich hole die hier mal raus wir gucken uns mal das bild von namen an und dann sprechen wir mal über die steinchen gucken uns den näher an und vor allen dingen die bis und wo die hinkommen also das gleiche Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also es ist schon irgendwie von allem was dabei, finde ich. Wir haben nicht nur, ich hätte gedacht, viel blau, natürlich rot, klar, für den Hut, den Waschumhut, den Pilzhut. Viele Blautöne natürlich, ne, davon haben wir viel, das Dunkelblau, aber auch Rotabstufungen, Grüntöne. Also das ist schon, die Farbe gefallen mir. Passt, es passt tatsächlich wirklich zum Thema. Once upon a time, es hat sowas, irgendwie hat es was Magisches. Und hier haben wir unsere Ebi's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. So, gucken wir mal eben, was ist ein Ebi? Ihr seht hier, Aurora Borealis, Steinchen, habe ich gesagt. Die haben hier so eine ganz spezielle Beschichtung obendrauf. Die reflektieren das Licht so ein bisschen wie die Nordlichter, daran soll sie erinnern. So ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen und damit kann man ganz toll Akzente setzen. Und ich denke mal diese gelben, wir haben hier zwei gelbe, die werden wir in den Sternen wiederfinden. Da gucken wir gleich mal. Dann haben wir hier einen roten. Wir haben rosa. Wir haben grau. Wow, sehr geil. Den feiere ich. Blau, den liebe ich. Den mag ich wirklich sehr gerne. So ein Peachfarben. Und noch ein hellblauer. Ich finde, zu Blau passt das irgendwie richtig gut. Und ich räume das jetzt wieder weg. Und wir gucken dann, wo diese Ebi's hier auf der Leimwand hinkommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Da sind wir zurück. Ich habe das jetzt mal so mehr schlecht als recht wieder weggepackt. Wir gucken uns mal so naheliegende zusammen an. Und zwar würde ich mir gerne die beiden hier, die Ebi's zusammen angucken. Das ist der 444 und der 3078. Und das sind dann, schauen wir mal kurz, welche Symbole das sind. Und das ist einmal dieser Rechtsfall der Gelbe und das kleine A. Und ja, wie ich es vermutet habe, sind sie nah beieinander. Und zwar hier sind beide, so in diesen Borde und im Ärmel. Dann haben wir hier in den Sternen immer die A's, aber auch ab und an die, da sind beide zum Beispiel drin, beide Ebi's. Da auch hier oben in dem großen Sternen auch und dann haben wir aber so kleinere Sterne wie hier. Da ist nur der eine Ebi drin oder da und in ihrem Gesicht seht ihr da das kleine A, da sind auch nochmal Ebi's drin. Genauso wie hier an der Borde. Also überall, wo so richtig knallgelb ist, da haben wir ein oder beide dieser Ebi's. Das wird super, das sorgt dann dafür, dass die wirklich so rausleuchten. Und hier, unterm Hut dieses Leuchten, das ist der helle Ebi hier. Da kommt der, ne, und auch hier am Rand und auch hier oben. Hier oben ist auch der helle Ebi und da der dunkelgelbe Ebi. Sehr, sehr cool. Na, kriege ich euch so ein bisschen mehr. Na, so ist besser, ne? Dann haben wir hier rot und rosa, auch da gucken wir mal zusammen, würde ich sagen. Und der rosa, ne, das ist diese kleine Ecke, da rechts oben. Und der rote ist, das ist Gleichzeichen. Der rote kommt natürlich hier oben im Hut vor, ne? Hier, 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 hier. Also so streifig, ne? Da seht ihr ihn gut verteilt. Immer so, ne? Um dem so ein bisschen Tiefe zu verleihen. Und dieser hier, den haben wir hier ein bisschen. Ne? Hier im Rand, da wo es Licht, ähm, hier auch. Da wo das Licht von den Sternen, also von den gelben Ebi's hinkommt sozusagen. Ähm, hier. Im Gesicht nicht, doch da, da, das ist das, was da wirklich scheint zwischen den Haaren. Ähm, ähm, aber sonst in der Haut nicht. Also das ist so, hier und hier oben so ein bisschen, ne? Da kommt der rosa Ebi vor. Dann haben wir hier zwei blaue Ebi's, die ich ja echt feiere. Und, ähm, das ist E und Sternchen. Und die kommen vor, also, ups, ich vergesse noch zu zeigen. E und Sternchen. Übrigens, falls ich es vorher nicht erwähnt habe, das sind Aufkleber, ne? Und die sind auch vorausgeschnitten. Die könnt ihr einfach so dann auf die Tütchen kleben, wenn ihr nach Symbolen painten wollt. Das geht ein bisschen einfacher als immer, die Zahlen auf der Legende zu suchen. Das dauert immer ein bisschen länger. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Also, E und Sternchen. Und das haben wir tatsächlich hier. Das sind die Sternchen verteilt. Und dann hier ein bisschen die E's. Ähm, ähm, und hier auf der Seite ist es genauso. Also da, wo wir die Übergänge haben, da haben wir dann zum Dunklen hin, haben wir die Sternchen. Das sind die hier. Und im helleren Bereich hier, so die Funkeln zwischendrin, auch um die Sterne drumrum. Ne? Da müssen wir auch ein bisschen funkeln und glühen. Da kommen diese hellen, ähm, blauen Ebi's zum Vorschein. Sehr, sehr cool. Auch hier unterm Hut. Und hier drumrum. Also, hier wird viel mit Licht gearbeitet, ne? Die Ebi's sind immer gut, um Licht zu simulieren, auch. Und wir haben ja dieses Leuchten aus ihrem Hut und aus den Sternen, die sie da hat, ne? Diese kleine Elfe oder Fee oder Moschum. Girl. Für mich sieht es aus wie eine Elfe. Spitz Ohr. Ähm, dann haben wir noch einen grauen und einen peachfarbenen. Und, ähm, das ist einmal der Kreis. Dieser hier. Und dieses kleine N. Ähm, der Kreis und das N. Hier ist der Kreis. Der peachfarbene ist hier so ein bisschen. Ähm. Hoch. Ah, da auch. Ja, gut. Also, hier. Und hier sehe ich ihn. Hier ein bisschen im Kleid. Da. Ähm. So. Und mehr sehe ich ihn nämlich eigentlich gar nicht. Okay. Ähm. Alle Angaben ohne Gewehr, ne? Wenn ihr noch welche findet beim Hinten. Es geht ja nur darum, wo die ungefähr sind. So, kleines N. Hm. Dimm, 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 dimm. Ist auch schwer zu finden. Der Graue. Würde ich doch auch im Kleid vermuten, oder? Ah, ja, natürlich. Also, hier zum Beispiel. Da sind welche. Ähm. Und hier am Ärmel. Ähm. Und hier am Saumhoch. Hier zwischendrin ein paar. Ja. Also, der Graue ist auch hier im vorderen Bereich, der im helleren Bereich des Kleides, mal so zwischendrin reingesprinkelt, als auch zum Beispiel hier oben, ne? Also in den helleren Bereichen, am Hut, kommen mal so zu ein, zwei vor, aber das war's dann auch. Das wird richtig gut. Ich bin echt gespannt. Also, ich mag den Einsatz der A-Bs. Klar, für die Sterne, ne? War klar, aber dass dann da nochmal unterstützend welche dazukommen und auch in diesem, in diesem Licht, was von ihr ausgeht, ne? Ähm. In dieses dunkler werdende, dass da auch ein Übergang nochmal mit A-Bs gearbeitet wird, finde ich wirklich, wirklich gut. Ich freue mich drauf. Und es ist ein 40x46, das ist ein kleines Projekt. Ähm. Großartig. Finde ich wirklich gut und ist, glaube ich, auch zum Ausprobieren. Wenn ihr sagt, ach, ich weiß nicht, ja? Und ich möchte Karat.at mal ausprobieren, aber nicht mit so einem großen Kit. Perfekt. Perfekt. Vom Rendering. Die Größe ist groß genug. Ähm. Um die Details auch zu sehen auf dem Bild. Das ist ein Bild, was für diese Größe sich eignet. Nicht jedes Bild eignet sich, so klein zu sein. Bilder mit sehr, sehr vielen kleinen Details. Scheiß. Nein. Das bringt euch gar nichts, wenn die so klein sind, weil sie dann danach nicht aussehen. Aber das wird, glaube ich, großartig aussehen, wenn es fertig ist. Und, ähm, wie gesagt, ich habe es hier mit runden Steinchen, das kommt aber auch mit eckigen Steinchen nochmal raus. Dann könnte es ein bisschen andere Größe haben. Ähm. Das, ähm, ich weiß, dass das auf anderen Kanälen vorgestellt wird. Also haltet da die Augen offen nach den Kolleginnen. Ähm. Da seht ihr es auf jeden Fall nochmal ein eckigen Steinchen, wenn ihr das möchtet. So. Was kommt denn morgen noch raus? Ich habe ja gesagt, es kommen drei Bilder raus. Morgen. Heute. Hm. Heute. Es kommen drei Bilder raus. Heute am 3.11.2022. So. Jetzt. In der Once Upon a Time Collection und zwar dieses tolle hier. Mushroom Girl. Wo ich, wie gesagt, von ausgehe, dass es sehr, sehr schnell, ähm, die erste Charge vergriffen sein wird. Ähm. Also, wenn ihr es haben wollt, heute Abend dranbleiben. Ähm. Ich verlinke euch den Shop unten in der Infobox und wie gesagt, da findet ihr auch den Rabattcode, wenn ihr den nutzen möchtet, um 10% zu sparen. Übrigens nicht nur auf den ersten, sondern auf jeden Einkauf könnt ihr die sparen. Kleiner Tipp. Und ich kriege eine kleine Provision und dann können wir sowas hier öfter machen. Ähm. Außerdem kommen noch diese Bilder raus. Hier seht ihr alle drei. Ähm. Das ist einmal Schneewittchen oben links, die ich super cute finde. Ähm. Super, super schön. Ähm. Finde ich auch vielleicht was für ältere, äh, Kinder, die Tochter, die Oma Diamond pinden möchte oder es ins Schlafzimmer gehängt haben möchte. Das ist ein super schönes Märchenmotiv. Ähm. 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 Ich liebe es, dass sie einen Bobby-Schnitt hat und nicht lange wellende Haare, sondern ein bisschen moderner. Die gutste. Und dann haben wir da noch ein, ja, Once Upon a Time Märchen im asiatischen Bereich. Ich weiß gar nicht, welches Märchen da dargestellt wird, aber vielleicht weiß es ja einer von euch. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Mit dem Tiger und, ähm, äh, der Prinzessin da oben rechts. Ähm. Wunderwunderschön. Wie gesagt, Mushroom Girl und Schneewittchen erscheinen in, in Eckig und in Rund und das Tiger, ähm, Bild, das gibt's nur in Eckig. Heute Abend zu ungefähr 18 Uhr. Ähm, ähm, genau. Schreibt mir mal, sagt mir mal, welches findet ihr denn gut? Ähm, habt ihr euch auch so in das Mushroom Girl hier verliebt? Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ist das, ideal, das Bild, finde ich. Ähm, wie findet ihr anderen beiden? Und, wie gesagt, das Asiatische, Once Upon, habt ihr eine Idee, ähm, auf was das, ob das auch ein bestimmtes Märchen anspielt oder eine bestimmte Legende oder sowas? Kennt sich da einer von euch aus? Da ist doch bestimmt Schwarmwissen. Ihr seid doch schlau. Da ist doch bestimmt irgendeiner, der da Ahnung hat. Ich hab sie nicht. Ähm, genau. Wie findet ihr die anderen beiden? Ähm, wie gesagt, ich fand das Tigerbild, also das Asiatische, auch richtig, richtig, richtig gut. Ich finde das Schneewittchen auch gut, aber das Tigerbild finde ich auch richtig gut. Ich wollte aber für euch mal ein etwas Kleineres, dass ich dann vielleicht auch mal in naher Zukunft einfach penten kann. Nicht immer so groß im Projekt. Genau. Okay, meine Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle wieder ganz, ganz herzlich fürs Anschalten, Anschauen und natürlich fürs Abonnieren. Wer das noch nicht gemacht hat, kann das hier unten bitte nachholen, wenn er möchte. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass 40% derer, die meine Videos gucken, mich nicht abonniert haben. Schreck! Ihr könntet echt coole Sachen verpassen, weil ich bin wirklich immer für eine Überraschung zu haben. Also wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Daumen nach oben freue ich mich, freut sich der YouTube-Algorithmus und dieses Video wird mehr Leuten angezeigt, die den Kanal eben noch nicht abonniert haben. Das wäre super und da unten in der Kommentarfunktion wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ich freue mich drauf, euch in meinem nächsten Video hier als bald wieder zu sehen und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen super entspannt und eh, auch abonnieren und Glöckchen aktivieren, wenn ihr wissen wollt, wie das Bild hier fertig aussieht, weil ich glaube, ich werde es vielleicht in naher Zukunft fertigstellen. Wer weiß das schon. Bis dann. See ya!